26. September 2017, Dienstag. Heute gibt es einen selbstgemachten Döner wieder und zwar gibt es jetzt das Fleisch zuerst Jetzt kommt der Kraut reichlich dazu. Wunderbar Jetzt kommen die Tomatenscheiben Gurkenscheiben Last but not least, das wichtigste und zwar den Joghurt mit reichlich viel Knoblauch. Die Soße, Joghurtsauce ist das. Sehr lecker! So 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 Vielen Dank.